ich habe das erklärt ist warum ich das so habe finde ich einfach am besten weil das irgendwie keine ahnung zurückschuss irgendwie besser vom gefühl her so ist immer das gleiche immer hoch rechts immer hoch rechts immer rechts macht kein scheiß mit hier irgendwie millimeter scheiß drauf die waffe präzision aus ende kannst du mein bruder danke